Hallo und herzlich willkommen in meinem Musikzimmer zur heutigen Musikstunde. Heute spielen wir viel Glück und viel Segen. Die rechte Hand spielt einstimmig die Melodie und die linke Hand begleitet mit Akkorden. Wir benötigen dazu drei Akkorde, den C, den F und den G7-Akkord. Fangen wir an. Wir legen den zweiten Finger aufs G, viel Glück und viel Segen. 2, 5, 4, 3, 4, 5, 2. Und mit Notennamen. G, C, H, A, C, G. Auf all deinen Wegen. Der zweite bleibt auf dem G. A, G, F, E, G. Auf all deinen Wegen. 2, 3, 2, 1. Der zweite geht drüber aufs E und der vierte liegt auf dem G. Ich spiele weiter Gesundheit und Frohsinn. 2, 3, 4, 5, 4, 2. Mit Notennamen. E, F, E, A, G, E. Sei auch mit dabei. Ich mache die Hand etwas zusammen und drücke mit dem 2, 3, 2, 3, drüber mit dem zweiten. 4, 2, 3, 4, 2, 5. Auf G. Gut gemacht. Spielt ein paar Mal die rechte Hand für euch allein. Wenn ihr soweit seid, machen wir weiter mit der linken Hand. Ihr seht Noten. Ihr seht auch die Akkordbuchstaten drüber. Der C-Akkord geht C, E und G. Den spielt ihr gleichzeitig mit 5, 3, 1. Der F-Akkord. Da bleibt das C und ihr spielt mit dem zweiten Finger das F. Und der Daumen geht eine Taste hoch. Die drei Töne sind C, F und A. Noch mal den C-Akkord. Der F-Akkord. Und dann fehlen uns noch der G7. Dazu geht der kleine Finger eine Taste tiefer aufs H. Der zweite Finger spielt das F und der Daumen bleibt auf dem G. Und am Ende wieder der C-Akkord. Ich spiele die Akkordfolge jetzt in der richtigen Reihenfolge. Viel Glück und viel Segen. Bei Glück. Bei Glück C, F-Akkord, C-Akkord, F, G7 und C. F, C, G7 und zum Schluss C. Spielt auch diese Akkorde einige Male für euch allein, bis ihr sie flüssig spielen könnt. Wir spielen jetzt mit beiden Händen. Der zweite Finger liegt auf E. C-Akkord. F-Akkord. Und C. Noch mal etwas langsamer. Auf all deinen Wegen. F-Akkord. G7. Rechts geht rüber und links spielt C-Akkord. Nochmal auf all deinen Wegen. Gesundheit und Frohsinn. F-Akkord. Ich nehm den Fünften aufs Gehen. A und mit G7 und C. Ich spiele euch noch einmal langsam das ganze Lied am Stück. Ich spiele euch noch einmal langsam das ganze Lied am Stück. Ich spiele euch nochiann. Wenn ich mit diesem Tablet an перед-dum Horseark veterinarier Taken muss vas Build Wenn also mal das ganze Lied das ganze Lied am Stück amcą. Und ich würde mich auch vonbenelhen. ��